Wie gesagt, aktuelle Serie ist nicht so toll. Ich habe jetzt auch eine 1-4-Klatsche gekriegt. Ich habe eine 1-3-Klatsche gekriegt. Die letzten Spiele gewonnen, verloren, also zweimal ja knapp verloren, dann knapp gewonnen und jetzt mal eine Watsche bekommen. Ja, und der nächste Spieler ist verletzt. Ja, gut. Nominieren kann ich nicht, immer noch nicht. Zu Beginn der Saison oder zur Mitte der Saison, leider nur. Glaubt mir, das hat mich auch schon oft geärgert in dem Spiel. Gut, also wieder zurück in die zweite Mannschaft. Dynamo Dresden fickt Union Berlin souverän vom Platz. Weniger Ballbesitz, aber mehr Schüsse. Holzbein-Kicking. Das war das Schlüsselspiel. Ja. Hättest du vielleicht mal gewonnen, immer wäre ich einen Platz weiter oben. Ja, ich hätte auch gerne gewonnen. Wieso tust du das dann nicht einfach? Ach, weil ich einfach jetzt in einer kleinen Krise bin. Äh, Krise. Ich hoffe, die hält noch etwas länger an. Ha, ha, ha. Alles geil. Oder du kriegst so einen Peak und dann im Spiel gegen mich bist du wieder einfach scheiße. Ich geh jetzt zurück zu meiner Meister-Taktik. Egal, welche Teile. Ganz ehrlich, die soll... Dann sollen die Leute das eben dann durchblicken, aber der Unterschied ist nicht der, dass... Wenn ich mit einer anderen Taktik spiele, funktioniert es nicht. Dann spiele ich mit der Taktik, wo es damals funktioniert hat. Vielleicht scouten die das falsch. Das kann ja auch sein. Hat das gegen mich funktioniert? Nö. Nö, gegen dich habe ich eine Klatsche bekommen. Ja. Danke, das war mein höchster Sieg in der Saison. Ja, von daher. Komm, ich werde die... Ich glaube, ich bin ja eh... Ja, 38 Punkte. Boah. Ich würde mal sagen, ich bin eh in der Liga geblieben. Also spielen wir die Saison jetzt mit der Taktik durch. Ziel war ja Klasse halt. Auch wenn der Vorstand gesagt hat, Mittelfeldplatz. Aber pfff, das ist mir jetzt egal. Ja. Also ich habe mein eigenes Ziel, Oberrister, Ben Mittelfeld, habe ich schon jetzt erreicht. Naja, noch bist du nicht... Ja, ja, ja. Immer dieses Schlechtgerede. Ich werde mindestens noch zwei Siege hinbekommen. Ja. Bis vorgestern habe ich echt geglaubt, so von wegen, es läuft ja echt super bei mir. Und habe echt sogar geglaubt, dass es so läuft, dass es eventuell sogar für einen Aufstieg noch gehen könnte. Aber jetzt mittlerweile, glaube ich, eher nicht mehr dran. Ich habe sogar mein Ziel verloren. Hätte man da jetzt nicht diese neun Punkte, die wir da eventuell hätten holen können durch diese dämlichen Niederlagen, da wären wir jetzt mit diesen neun Punkten höher, wären wir dran gewesen an Platz vier. Aber so leider nichts. 11, 5, 11. 11, 5, minus 4 Tordifferenz, minus 4 Tordifferenz. Ja, ja. Wir nehmen uns da nicht. Wir nehmen uns da nicht, ja. Im Gleichschritt durch die Saison. Echt so. Ja, ich habe, glaube ich, vom siebten oder sechsten Tabellenplatz bis zum vierzehnten alle Positionen mal, ach, sogar vom... Nee, ich war nicht, ich war nie schlechter als Platz zwölf bei dem. Also vom ersten bis zum vierzehnten habe ich fast alles gehabt, also alles inne gehabt, außer den dritten und den sechsten Platz. Den dritten hatte ich. Ja, ich hatte den ersten und zweiten. De facto, jetzt kommt Andreas Schumacher? Wer ist das denn? Wer ist das? Einen Assistenztrainer. Den habe ich aber... Den hast du nicht verpflichtet. Den hat mein Vorstand verpflichtet. Ja, ist mir egal. Vielleicht hast du deswegen so viele Ausgaben bei einem Team jedes Mal so viele. Ja, ich bin da nicht verantwortlich dafür, für die Ausgaben. Das machen dann die anderen. Ah, ist das lustig. Ich wollte nur, dass die Spieler die Verträge verlängern. Das hat der Vorstand auch gemacht. Und was danach wird mit den Finanzen... Ich bin nur Trainer. Mit den Finanzen müssen sich die anderen... Linker Mittelfeld, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Gefühlt spreche ich jede zweite Woche mit Kovac. Gefühlt jede zweite Woche. Stopp, hat Bock mit dir zu reden. Das ist alles top. Der mag dich vielleicht. Vielleicht hat er sogar deinen Kanal abonniert. Wahrscheinlich hat er das gemacht. Ah, Vase Kusei hat nur eine 6,4 Bewertung. Samsung hat die beste Leistung gezeigt. Ach, das ist lustig. Dieses Getriggere. Ich kann da auch nichts dafür. Ich habe den gefunden auf dem freien Markt und mir gedacht, du hältst jetzt mal schön die Klappe und holst du den. Ja, wahrscheinlich kam das zu. Genau so habe ich mir das gedacht. Ich sage dem Rufel erstmal nichts, ob der überhaupt weiß, dass er auf dem Markt ist. Ja, und plötzlich lese ich das in den Nachrichten, dass der verpflichtet wurde. Ja. Also, sicherlich. Aber du weißt, ich war einmal kurz davor, dann hat das Geld zu dem Zeitpunkt nicht ausgereicht. Aber auch. Ja, ja, das sind die Hunde vom Nachbarn. Ach so. Ach so, grüß sie mal. Ja, und weiter. Ach so, scheiße. Du hast dein Herz nicht zu Ende gebracht. Ja. Was denn? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mit dem ist das Geld nicht gereicht. Ja, dann halt das Gehaltsbetrieb. Alter, auf einmal fängt er an, über was anderes zu reden. Das ist so geil. Ich mag es ja, wenn Menschen ihre Sätze nicht. Photosynthese. Nee, da hat das Gehaltsbudget nicht gereicht, dann habe ich schon gedacht, oh, das war jetzt eigentlich schon in den Nachrichten, das habe ich mal gescrollt in den Social Feed. Habe ich das gesehen? Ja, ich, Depp, habe das natürlich nicht gesehen. Habe ich mir gedacht, oh, bitte, bitte, lass es, äh, lass es niemand gesehen haben. Ach gut, hat keiner gemerkt. Und dann gleich, äh, noch ein neues Angebot gemacht, einfach. Einfach. Ich habe Glück gehabt, ne? Der hat sogar beim zweiten Mal weniger Geld verdient, als beim ersten Mal. Trotzdem hat das Geld vorher nicht gereicht, hä? Ja, weil, ähm, ich da noch Gehaltsbudget, Gehaltsbudget nicht einstellen konnte. So. Das ging ja erst zur Transferperiode, wo ich das Geld bekommen habe. Ja. Äh, ups. War ich quasi mein Gehaltsbudget? Wenigsnote, natürlich sind meine Jugendspieler besser als meine alteingesessenen, Alter, ich könnte kurz das nicht bestrahlen. Hard time gone. You did, maybe. Maybe. Bisherige Spiele. Oh, lol. Eine Mannschaft hat gegen Cottbus U19 verloren. So geil. Oh, Trainingsplan. Ah, fuck, ich muss den Trainingsplan beändern, weil das Köln-Spiel an dem Mittwoch ist. Warum nicht an dem Samstag? Weil jetzt spiele ich erst gegen den Fünften oder nachspielig gegen den Zweiten, Alter. Bei mir hat sich das Potenzial vom Schubert gerade erhöht. Von einem sehr guten Keeper für die zweite Liga zu einem guten Keeper in der ersten Bundesliga. Wow. Ja, das ist das gute Training hier in Dresden. Aber das will er ja nicht mehr haben. Braucht ein bisschen Chaos. Ja. Er braucht etwas Chaos. Er braucht etwas Chaos. Wollen wir heute eigentlich den April fertig machen, oder? Ja. Wollen wir mal. Hatte ich eigentlich gedacht. Okay. Dann tun wir das. Oh, warte. Ich muss auf Fortsetzend klicken. Äh, Fortsfahren. Ich beschäftige mich mal wieder mit allen, lieber. Ich habe jetzt in letzter Zeit das ein bisschen ziehen lassen, weil es ja lief. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen reagieren, weil ich ja wieder Verletzungspech habe. Schon wieder, ey. So ein Traum bei dir. Ja, deswegen. Deswegen zerstört es leider wieder jetzt mal. Nachdem es ein riesengroßes Tief, kurz vor dem Abstiegskampf und sonst was und dann ging es nach oben und dann kommen die ganzen Verletzten und jetzt geht es wieder nach unten. Ja, das stimmt allerdings. Ja, es ist einfach extrem ärgerlich. Aber zum Glück hast du jetzt eigentlich schon fast die 40-Punkte-Marke erreicht. Deswegen, überleg mal, wenn das nicht so gewesen wäre, wie angepisst ich jetzt hier wäre. Kannst du dir das vorstellen. Du wärst da unten bei 26 Punkten. Ja, ja. Wie viel hat ich an? Ganz anders sprechen hier. Ja. Magdeburg war ein Angebot für Sören Bertram. Eigentlich nicht mehr, aber okay. Das war die Top-Story von vor fünf Jahren. Ich krieg die, ich, ja, vielleicht hat mein Nachrichten... Hat das aber auch bekommen. Vielleicht nutzt mein Nachrichtenmensch halt noch Internet Explorer. Ich kann da nichts dafür. Ja. In Sachsen ist auch das Internet nicht so geil, deswegen. Aber es stand bei mir auch da. Mir auch. Und dann eben ganz im Osten. Alter, gegen wen spielt jetzt Magdeburg? Gegen Darmstadt. Autsch. Autsch. Das wird wieder so ein krasses Spiel, wo du dann wieder den kompletten Abend retten kannst. Wahrscheinlich. Wie gestern gegen Sandhausen. Gegen Dresden meinst du? Ja, stimmt. In Sandhausen habe ich ja eine Runde entschieden gespielt. Ja, stimmt. Gegen Dresden hast du dann den Abend gerettet. Und die Tabellen-Situation. Ah, Todd. Ach ja, Todd ist bei mir Scout geworden. Na toll. Jean-Todd meinst du? Jens. Komm, der war gut. Der war schlecht. Der war richtig gut. Der war schlecht. Wow. Unterstützungsniveau. Trainer-Unterstützung. Sehr gut. Respekt von Spielern aufgrund von positiven Beziehungen. Krass. Diese Beziehungen kann man mit dir doch gar nicht führen. Ja, da habe ich mir auch gesagt. Schon dein Vater konnte mich nicht leiden, weil ich mit Dynamo-Trikot auf der Couch gesessen habe. Aber wenn ich meinen Saisonverlauf sehe, so auf der Startseite, dann ist das bei mir auch eine Wellenbewegung. Also ging es hoch, runter, hoch, runter. Also. Bei mir ging es stetig bergab. Krass. Ich war mal zu Beginn der Saison auf Platz 4 und so Platz 3 und jetzt. Stimmt. Im Abstiegskampf seit seit dem 14. Wer ist seit dem 14. Spieltag im Abstiegskampf? Flui? Magdeburg. Ach, Flui. Dynamo ist immer so der schlechteste Platz war 14 am 9. Spieltag. Dann ging es hoch, dann ging es wieder runter bis auf Platz 13 und seitdem seit dem 15. Spieltag ist man stabil in die Mitte 10. Ja. Bei Pauli sieht das da aus. Ja gut, die waren nicht wirklich im Abstiegskampf. Die waren 13. Aber dann ging es wieder hoch, nachdem die Verletzten wieder kamen, wo sie zwischenzeitlich auf 7 waren. Aber die waren nie höher als 7 und nie niedriger als 13. Du bist voll die Mittelfeldmannschaft. Ja. Das ist ein Problem, wie du schon gesagt hast. Weißt du, es läuft super, wenn alle meine Spieler fit sind. Weißt du, es läuft schlecht, wenn die Hälfte der Letzte. Sobald du bei dir wieder siehst, dass du Platz 7 bist, dann weißt du, das geht sowieso wieder runter. Ja. das ist das Schlimme. Eigentlich ist das gar nicht so lustig, aber irgendwie finde ich es lustig. Kann es sein, dass ich die beste Position hier in diesem Letz-Inne hatte? Welchen Platz? Ich war schon Erster. Eins. Ich war auch schon Erster. Wie lange? Am ersten Spieltag war ich Erster. Ein Tag, ein Spieltag. Gut, erster Spieltag zählt ja nicht. Ich war am zweiten Spieltag Zweiter und am dritten Erster. Ich war am zweiten Spieltag Dritter. Und danach war ich Platz Elf. Am dritten Spieltag war ich Platz Elf. Ich war am achten Spieltag Platz 3. Am achten, Alter. Da warst du eigentlich schon stabil drin. Ja. Fünf Spieler sind jetzt bei mir verletzt. Verletzungssorge geht weiter. Fynn Becker hat sich verletzt. Neutek hat sich verletzt. Fynn Becker, da kann es ja nur bergauf gehen. Das ist nicht zu glauben. Der Verletzungsweltmeister. Meine beste Position war Platz 3, meine schlechteste Platz 17. Meine beste war 1 und schlechteste 14. Meine schlechteste war 12 und meine beste 1. Aber wenn man mal die ersten 3 Spieltage wegrechnet, war mein bester Platz Platz. Jetzt bleibt das hier. Bei mir 4. Bei mir immer noch 3. Also ab dem dritten können wir zählen, oder? Ja, da war mein höchster Platz 5. Zweimal sogar. Nach dem dritten war ich einmal erster. Vogelsammer gewinnt. Überraschend. Ja. Ja. Der hat 4 gegen mich reingehauen. Ja? Du hattest dann dritten Spieltag verloren, oder hattest du den zweiten Spieltag schon unentschieden gespielt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Warte, ich gucke kurz im Terminkalender. Jetzt geht es gerade nicht. Jetzt geht es gerade nicht. Dritter Spieltag. Da hatte ich ein Unentschieden gegen Ingolstadt gespielt. Also ich hatte das erste Spiel gegen Pauli gewonnen, dann das zweite Spiel gegen Aue unentschieden und dann gegen Ingolstadt unentschieden. Ich hatte das erste Spiel gegen Duisburg gewonnen, dann habe ich gegen Bielefeld gewonnen, dann habe ich gegen Heidenheim gewonnen. Ich habe in Berlin gewonnen, dann habe ich unentschieden gegen Magdeburg und dann habe ich verloren in Köln und danach habe ich wieder pumpen können gegen Pauli 2-2 Danach habe ich wieder unentschieden gegen Duisburg und dann habe ich gewonnen gegen Sandhausen und dann ging es wieder bei Tau. ist ja nach diesen drei Siegen kam meine Niederlagern Serie von fünf Spielen Danach habe ich ein Freundschaft Spiel gegen Zwickau gewonnen und danach habe ich Hinrundenspiel war gegen St. Pauli am 30. Ersten und jetzt mein letztes Rückrundenspiel ist gegen SC Paderborn Ja aber das ist ja auch in echt gewesen Ja das stimmt ja aber das wurde verschoben wegen DFB-Pokal bei dir Ja bloß weil ich eine Runde weitergekommen bin Ja aber das ist halt so das Spiel verschiebt dann weil wir festgelegte Zeiten haben auf Samstag und Mittwoch und deswegen hätten wir da hätte auch jemand Montag mal gespielt da hätten die anderen wieder da gesessen und gedacht ah fuck kann ja endlich fertig werden das richtig BIT das Spiel Alter So ist es auch viel dramatischer wenn alle Parallel Dramatischer Dramatischer zwei Leute schreien einer heult und einer YES YES Meist ist immer der gleiche der Yes Ruf Ja Krapi Was Nee Guck mal wer auf Platz 7 steht Ich Sorry YES MAN Das Gefluche kommt aus der Magdeburger Richtung Ja Das Geweine kommt aus St. Pauli Und bei mir kommt auch manchmal Unverständnis Aus dem Erzgebirge kommt einfach nur Stille Unverständnis und Stille Das ist echt so weil ich so wenig rede Dieses Kackspiel Man Man kennt die Charaktärische aus uns gemacht Ja Nee Das spiegelt einfach unsere Art wieder Ja Ich Jetzt weißt du wenn ich jetzt überlege was hätte ich getan wo du mir damals die Heimkarte für den Heimbereich geholt hast für das Derby was hätte ich getan und hätte Dynamo ein Tor geschossen Ja Wow Darmstattel ist überraschenderweise Favorit Wow Aue ist Favorit gegen Heidenheim Oh Sandhausen vor schwieriger Aufgabe gegen Dynamo aber ich spiele auswärts Ich versuche natürlich Magdeburg zu helfen mit der Tordifferenz ebenfalls dass die da ein bisschen die drei Tore ein bisschen aufholen Warte mal ich habe irgendwo eine wichtige E-Mail Magdeburg gewinnt jetzt einfach gegen Darmstadt Gegen Darmstadt Wo sehe ich denn das die Spiele Darmstadt hat jetzt nur 3-0 gegen Fürth gewonnen Nur Ich wollte dich ein bisschen aufmuntern dem ich eigentlich sagen wollte dass die nur unentschieden aber da habe ich gesehen oh die haben ja 3-0 gewonnen Daumen vor den ersten Was Daumen vor der den ersten FC Köln Sakai ernst zu nehmen also da scheint das Spitzenspiel Sackai Warte mal ach fuck ich muss ja sogar gewinnen für Flui Gegen wen spielst du? Sandhaufen Naja also komm Sandhaufen ist weit weg Wir sind 9 Punkte hinter mir Ja und wie viele Spiele sind noch 7 Ja 7 das sind immer noch 21 Ja und das heißt 40 Gebrauch Sandhausen Ja für den Kassner halt Ja dass man sich neu anzweifelt Dass man 40 Punkte braucht das habe ich angezweifelt 30 reichen Am Anfang ist es sogar wie gesagt locker 30 reichen locker geht die KI und jetzt so oh shit das wird nicht reichen 30 Am 27. Spieltag 27 Punkte Aber ich sage es mal laut 35 reichen Das ist bezweiflich Das bezweiflich du sagst du nicht mal 40 reichen Ich denke mal 40 könnten reichen Du hast jetzt einen Punkt mehr als die Spiele hast Am Ende hättest du also sozusagen 35 Punkte Wenn du es so weitermachst Also ich sage mal so ich würde mich freuen wenn ich vielleicht noch zwei oder drei Siege irgendwie mitnehmen könnte Na bei drei Siegen bist du Oh Also Ich muss kurz Aufnahme anmachen So jetzt Alter diese Schöne hier So St. Pauli gegen Arminia Bielefeld Ja Timon Aha Lapp deine Taktik Nö St. Pauli gewinnt St. Pauli gewinnt Magdeburg Holt vielleicht einen Punkt gegen Darmstadt Mauern Mauern Wo ist er Wo ist er Vielleicht muss er mal wieder dieses Ja Vielleicht muss er mal Vielleicht muss Magdeburg mal wieder diese Freitechnik da Ja Spiele einfach so wie gegen mich So hatte ich schon So hatte ich schon gegen So hatte ich schon gegen Hamburg gespielt und habe 1 zu 3 auf die Fresse bekommen und hatte nur einen einzigen Abschluss Okay Das Spiel defensiver Äh Erzgebirge Aue gegen Heidenheim Ein beschiss Erzgebirge Aue Spiel Vielleicht so 5-4 Kann ich mir vorstellen Oder halt 4 zu 5 Niederlage Jeder Es sollen halt Tore fallen Ne Ja Ah Fuck off Gut Gut Äh Bei mir genau derselbe Tipp wie letztes Mal Alle unentschieden Okay Ich sag Magdeburg schafft das Wunder Sie gewinnen Mit 4 zu 2 Genau Aue gegen Heidenheim Da wird's ein ganz maues 1-0 So was haben wir noch Sandhaufen gegen Dresden Sandhaufen So Und Aha für Sandhaufen Aha Dresden gewinnt Und ähm Pauli gegen Bielefeld Klappt deine Taktik Nein Gewinnt Dann Pauli gewinnt Also ähm Sandhaufen gegen Dynamo Dresden Ich sag als Sandhaufen Fan 2 zu 1 für Sandhaufen Ähm Pauli gegen Bielefeld Ähm Wir wollen Klappt deine Taktik Natürlich Sie wird absolut funktionieren Ich hab sie kaum Wengestellt Okay Pauli gewinnt 2 zu 1 Ähm Aue gegen Äh Heidenheim Ich tippe mal auf ein 3 zu 2 Für Aue Ich kassiere keine 2 Magdeburg Magdeburg gegen Darmstadt Ähm Na ich tippe mal auf ein 3 zu 0 Für Darmstadt Ähm Ups Ähm Darf ich euch was mal fragen Schnell Was Hat jemand gegen Köln gespielt In letzter Zeit Ja Ähm Kann sein Nach der Winterpause Ja Nein Ich ja Ich hab 3 zu 0 gewonnen Ne ich hab 3 zu 0 verloren Ne ich hab auch relativ Ich hab hoch gewonnen Ne du hast 1 zu 0 gewonnen Nein Aber hier steht Der hat 9 Einsätze Ja Der muss ja gegen euch Ja vielleicht wurde Ja bei mich hat er gespielt Ah Vielleicht ist er bei mir Eingewechselt worden Okay Hat sich ja gelohnt Den zu verkaufen An den direkten Konkurrenten Ich mein wenn er spielt Ja Wollten ja nur loswerden Gut für jeden Sagen wir mal Ja Ne Win-Win Ja ich weiß nicht wie viel Geld Er verdient Noch vielleicht noch ne Win-Situation Ja Verdient schon mehr Denk ich Aber mit viel Glück Könntest du sogar angreifen Oben Aber mit deiner Toddifferenz Sag mal Richtige Ja Ach nein Die zweite Mannschaft Verliert jetzt auch wieder Ach das ist doof Änder mal die Taktik Zweite Mannschaft Spielt bei mir am Sonntag Bei mir auch Ja es geht so gut Auch mit der zweiten Mannschaft Wer hätte auch Die zweite Mannschaft Tabellenführer Yes Freiburg Alter Freiburg gewinnt Ja gegen Werder Alter Betrug Betrug Lol Also ich bin da für Freiburg Ich nicht Geht's denn in der ersten Ja bevor er gewinnt gegen Birnmüff Woran lagen es los Ah ja Da woran hat es gelegen Deswegen ja Da fragt man sich immer woran es gelegen hat Dann hat es gelegen Dann hat es gelegen Oh Andrew Rooten nicht verfügbar Philipp Klingmann gespart Mein bester Spieler von Sandhausen Ja Ripp würde ich sagen Für mich ja Weiß gar nicht Wen ich jetzt decken soll So jetzt muss ich Linus Wahlquist Wieder in die Mannschaft holen Den Schleuzner solltest du decken Der macht ganz schön ordentlich Tore Okay Hat er gegen dich Tore gemacht? Ja Fitness Test Okay Quisic kann doch wieder spielen Hallo Putzen kann doch spielen Okay Hey lol Der kann doch spielen Okay Den kannst du direkt spielen Du Jünger Kreuzer könnte Möchte ich aber nicht spielen lassen So das sind die Spiele Mein Gräfe Ist bei mir Schiedsrichter Bei 9000 Karten verkauft Zuhause 9-4 Ist okay Finde ich gut Sehr gute Verhältnisse Perfekt So Dorsch gesperrt Dorf wird da anfraglich Feierkauf fraglich Okay gut Ich bin Boah Teamauswahl Hab ich jetzt Dorsch Gegen wen hat Sandhausen Das letzte Spiel gewonnen? Gegen Paderborn Ach gegen Paderborn 1-0 Durch Schleuzner So das sind die Partien 6000 Karten noch verkauft Was? Auswärts? Ja Auswärts 6800 Ich wollte schon sagen Hä? In Dresden Hä? Ich hab Pascal Müller Bei mir sind's 25500 Und äh Ne Ah nee Karten verkauft 19341 Du hast ja Die Zuschauer stehen noch hinter dir Also zeig's denen Naja 6000 weniger Jetzt mit M.C. gegen Darmstadt Bis zum nächsten Mal